Ja, da hat es noch in Strömen geregnet. Jetzt scheint die Sonne. Das glaube ich durch den Volksgarten. Schauen wir mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup 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 GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Alles mittendrin. Keine großen Wege. Wer hat das schon? Es gibt viele, auch in Essen, die froh wären, wenn sie so einen schönen Park mit so einem schönen Baumbestand direkt vor der Haustür hätten. Der ist schön hier. Jetzt bin ich mit der schönen Gurze, dann mit dem Efeu bewachsen. Immer ein Zeichen, wo die Regenseite beim Baum ist. Weil da wächst natürlich, wo viel Feuchtigkeit ist, auch Efeu. Hier liegt ein ungestürzter Baum. Aber selbst das finde ich nicht schön, wenn er liegen bleibt. Totholz ist für die Tiere wichtig, für den Naturaushalt. Zum einen natürlich als Versteckmöglichkeit. Und zum anderen natürlich, um aus dem verrottenen Material Humus zu produzieren, das letztendlich den Bäumen und Pflanzen wieder als Nahrung dient. Und so schließt sich der Kreis. Und so schließt sich das. Das ist schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Man kann es ruhig sagen, es ist schon ein bisschen idyllisch, wirklich. Die Häuser sind sehr schön, die Luft ist natürlich jetzt nach dem Regen schön klar. Und für euch, die ihr euch eventuell dieses Video anguckt, gilt, you get what you see, du bekommst was du siehst. War jetzt eine spontane Idee, aber ich wollte einfach den Volksgarten erlaufen, anstatt jetzt eine Filmsequenz an die andere zu rein. Und dann mal gucken, wie das wird. Nicht fast gestolpert. Hier haben Vogelfreunde Nistkästen angebracht. Finde ich sehr gut. Hier freuen sich unsere Piepmätze. Und auf der anderen Seite auch. Auch sehr schön. Wahrscheinlich für Meisen, auf jeden Fall für kleinere Vögel. Sehr schön. Ja, dann ein Blick in die gegenüberliegende Straße. Und vielleicht auch noch mal einen kurzen Blick zurück. Ja, und ihr seht selber, die Luft ist schön klar. Sehr angenehm. Die meisten sind schon am Piepsen. Und das ist meistens, kann ich auch meiner Kindheit mich noch erinnern. Ein gutes Zeichen dafür, dass der Frühling vor der Tür steht. Ich meine, gut, Tiere können sich auch täuschen. Aber ich weiß noch, das sind früheste Kindheit Erinnerungen. Wenn wir draußen gespielt haben und die meisten haben gepiepst, so wie jetzt, dann wusste ich, jetzt kommt der Frühling, der Winter ist vorbei. Ja, und ich habe mal eine schöne Sicht von hier oben. Ich hätte jetzt auch den mittleren Weg laufen können, aber ich habe mich extra für den entschieden jetzt. Ja, und jetzt gleich laufen wir nochmal durch den Tundel. Und dann werde ich die gegenüberliegende Seite filmen. Und dann sieht man die Graffiti auf der anderen Seite. Ja. 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 Kaffee Ich bereue nicht eine Sekunde, dass ich mir dieser Camcorder gekauft habe. Das macht so viel Spaß. Jetzt kommen wir wieder ins Licht. Jetzt gehe ich gleich rechts rum. Hier sehen wir auch die Begrenzungsmauer zu A40, die teilweise mit Graffitis verziert oder auch je nach Betrachtungsweise verunziert worden ist. Aber das lässt sich wohl nicht verhindern, weil selbst die neuen Schallschusswände in Höhe verziert oder wie auch immer wurden. Wobei ich allerdings sagen muss, da die ja farblich verziert sind, wäre das gar nicht nötig gewesen. Ganz ehrlich, die sehen doch so schön aus. Ja, und hier sehen wir auch typisches Totholz. Das ist auch für Insekten sehr wichtig, weil viele Insekten legen ihre Eier, Wespen und so weiter und Käfer in solchen Totholz ab. Dort leben sie, ernähren sich von dem verrottenden Baumaterial, verpuppen sich dann irgendwann und kommen dann nach erfolgreicher Verpuppung und Verwandlung als fertiger Käfer. Das ist ja die sogenannte Metamorphose. Wieder an sich das Gleiche gilt ja auch für den Schmetterling. Schmetterling, Ei, Larve, Raupe, ich glaube auch Kokon oder Verpuppung und dann eben der fertige Schmetterling. Ja, hier sehen wir die Skaterbahn, Ingwer-Schild. Ja, da nochmal, wie gesagt, Graffiti. Wobei jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich aus meiner Sicht sehr schöne zu sehen sind. Ich will es euch mal näher zeigen. Die fahren mir jetzt wirklich. Lass Rassismus keinen Platz in deinem Herzen. Das ist aber sehr schön. Sehr schön. Toll. Ja. Und dann ein sich liebendes Pärchen, das sich gerade liebkusset und küsst. Schön gemacht. Ja, hier gegenüber. Ihr tickt rechts. Ihr tickt doch nicht richtig. Steht dann da. Nochmal das eine in Gänze. Ja, und dann hier das. Und hier gegenüber ist noch eins. Gegen rechts Stichelein Made habe ich eine Elefantenhaut. Aha. Ja. Der ist schön geworden. Respekt. Schade. Derart künstlerische Qualitäten gehen mir doch ab. Aber man kann nicht alles können. Und dafür kann es der oder die Künstlerin. Schön. Und hier nochmal ein Blick auf die restlichen Wände, die jetzt aber nicht so besonders hervorzuheben sind. Hier nochmal ein Blick auf die Skaterbahn, die mit Sicherheit im Frühjahr wieder genutzt werden wird. So, dann setzen wir unsere Reise fort. Hier sind auch viele, einige Künstler aktiv gewesen. Dann drehe ich mich mal. Nochmal ein Blick zurück. Ja, da sehen wir die Autobahn. Und jetzt gehen wir weiter. nächsten Mal. Tönen. 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 Ja. Gäng frei. Gäng goodies Sieksen. Tönen? Hit Ta. Ja, die Brücke war die Autobahn, auf die gegenüberliegende Seite. Ja, und jetzt wechsel ich die Spur. Da geht es Richtung Gelsenkirchen. Gelsenkirchen rüber. Und gehe jetzt durch die andere Seite des Volksgartens. Hier auch noch ein schöner Baum. Na, hier sieht man eben noch, welche Schäden die Bäume genommen haben. Sturm Ehler lässt grüßen. Aber mittlerweile hat sich die Natur doch wieder ein bisschen erholt. Und hinzu kommt, dass der NVV ja auch neue Bäume gepflanzt hat. Was ich auch gut finde, ist solche Tafeln. Hier zum Beispiel ein Ginkgo Biloba. Ja, und so können wir uns informieren, welche Bäume wir hier sehen. Oder eine grüne Baumzypresse. Das ist eine ganz tolle Idee. Da lernt man dann gleich ein bisschen. Gute Idee. Sehr schön. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, von hier oben aus hat man dann wirklich einen wunderschönen Blick auf den gesamten Park und auf die Teichanlagen. Jetzt gucken wir jetzt mal. Ich wund mal ein bisschen ran. Hier im Hintergrund, da sehen wir den ersten Teich mit der Wasserfontäne. Hier. Dann schwenke ich mal langsam rüber. Und hier ist der zweite, wo ja auch Bernice Camp Inn ist, werden wir ja gleich sehen. Hier noch ein Baum. Hier kommt das Umfeld. So. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eine gute Idee, heute und jetzt zu filmen, weil dann wäre mit Sicherheit wesentlich schwieriger geworden bei schönem Wetter, weil dann der Park voll ist und ich hätte ständig, weil ich ja die Privatsphäre und die Intimsphäre der Leute irgendwie doch ein bisschen respektieren möchte, die Kamera wegschwenken müssen. Ja und das ist heute eben nicht möglich. Ich kann wirklich entspannen und ruhig filmen, weil kaum einer hier ist und dann ist es auch für mich entspannter, zumindest ist es ja auch unangenehm, mich da Leute unterwegs attackieren oder sonstiges. Ich habe ja kein Interesse daran, da irgendwen zu verärgern. Ja und meine Intention, mein Anliegen ist ja ein ganz anderes, wir eigentlich, wenn irgendwie möglich, Freude bereiten. Kein Verdruss. Ein schönes altes Wort. Kein Verdruss. Findet man heute kaum noch verwendet. Ich habe dir Verdruss gemacht. Ja und hier Spiele, Gelegenheiten für die Kinder, die natürlich auch heute nicht genutzt werden. Ja, ist ja auch Karnevalrosenmontag. Die werden unter Umständen vielleicht auch woanders sein, einige möglicherweise in Köln, da war es. Aber schön mit den Gummiringen, kann man sich so reinhängen und dann hin und her pendeln, macht bestimmt Spaß. Da hinten im Hintergrund, für alle die, die es nicht wissen, die, die den Film vielleicht auch gucken, Tischtennisplatten und Bänke, auf denen man sich setzen kann, die ja hier im gesamten Volksgarten vorhanden sind. Und dann hier nochmal der schöne Spielplatz, den ich sonst auch nicht filmen kann, weil die meistens Kinder sind. Da kann man sehen, richtig schön und bunt vor allen Dingen, gefällt mir sehr gut. Dann direkt am Teig, jetzt im Frühjahr mit Sicherheit wieder eine beliebter Treffung für die Eltern und ihren Kindern. Und dann hier vorne, rechts sehen wir die Gartenanlage, die ja direkt an den Volksgarten grenzt und hier dann eben die Flüchtlingsunterkunft in der, die hier ist. Und dann hier vorne, rechts sehen wir die Flüchtlingsunterkunft in der Flüchtlingsunterkunft in der Flüchtlingsunterkunft. Das ist auch ein schönes Bild, wenn man näher heranzoomen, weil man von hier aus einen guten Blick auf beide Kirchtürme hat. Im Vordergrund den Kirchturm der evangelischen Kirche und im Hintergrund den Kirchturm der katholischen Kirche. Ja, da sind es. Ja, und hier dann die Gartenanlage. Da hat sich ein kleiner künstlicher See gebildet oder natürlich, er ist ja kein künstlicher, er ist ja nicht angelegt worden. Ja, und wird mit Sicherheit auch von den Vögeln jetzt in Zukunft, wenn er noch ein bisschen da bleibt, als Trinkstelle und als Badestelle angenommen werden. Da freuen die sich drüber. Müssen sie nicht so weite Wege gehen. Ja, und hier die Platane hat schon wieder schön ausgeschlagen, die wird im Frühjahr wieder schön grün werden. Ja, und jetzt vor dem Hintergrund irgendwie hat das was. Hurig. Hurig. Aber die Luft ist klar und frisch. Also eigentlich ein sehr gesundes Wetter für einen schönen Spaziergang. Wie sagt man so schön? Ich habe es nicht geräut. Ja, und hier sehr viele schöne Bänke, auf denen man Platz nehmen kann. Der Zaun, den sehen wir ja, der zum Schutz der Teichanlagen angebracht worden ist. Und hier ein Blässohn, bei der Nahrungsaufnahme, so mal ran, hallo Blässohn. Ja, kann in Ruhe Nahrung aufnehmen. Ja, fühlt sich jetzt ein bisschen unsicher. Ja, und dann schon somit noch da hinten ran, sehen wir jetzt Kanada ganz, die ganz aufgeregt hier, wo er guckt. Ganz schön imposant, ist nicht ohne. Da schwimmt einer auf dem Wasser, möglicherweise ein Pärchen. Ja, die beiden Niedelgänse sind da gerade abgeflogen. Dann nochmal ein kurzer Blick auf den Teich. Ja, und dann setze ich mal eine Runde fort. Hier sehen wir, wie gesagt, die Gartenanlage. Da rühne ich mal ein bisschen ran. Da rühne ich mal ein bisschen. Da rühne ich mal ein bisschen. Hier nochmal ein anderer Blick auf die beiden Kirchtürme. Ja, und hier unsere beiden Gänse, die unter Umständen jetzt erwarten, dass sie von mir ein Leckerchen kriegen. Ja, ne? Aber meine Liebe, ich hab nichts dabei. Da müsst ihr auf andere warten. Ich hab nichts. Aber schön seht ihr aus. Ja, hier ist eine Niedelganze, die gerade ankommt. Das ist auch sehr schön. Mit ihrem rosa Füßchen und dem bunten Befinger und dem geschickten Auge hat was. So, man klettert jetzt auch an Land. Ja, und wie sieht's aus? Harmoniert man? Ja, man toleriert sich. Er hat einen gewissen Abstand, aber einer lässt den anderen in Ruhe. Ja, so geht's ja auch. So, und da nochmal unser Bläschwünchen. So, da hinten eine Stop-Ente. Da ist man näher ran. Ein Lämpchen. Eine der häufigsten Entenarten bei uns. Zu erkennen an den schönen, glitzernden, grünen Gefieder am Kopf und dem werden Schnabel. Die Momente, die Weibchen, sind schlicht braun. Weil dann die Bissmöglichkeiten, kleinen Verhausungen, die ja der Andreas Eisel aufgestellt hat mit dem NVV, für die Tiere ganz wichtig. Ja, und hier nochmal beide Bläschwünner in den Bild. Ja, und dann hier das Schild, das wir beachten sollten. Wer Enten füttert, schadet allen Tieren und Pflanzen dieses Gewässers. Und warum? Weil durch die Nahrungsreste, die im Teich landen, die Gefahr besteht, dass das Wasser mit so vielen Nährstoffen angereichert wird. Das wiederum führt zum Algenwachstum. Und das letztendlich dazu, dass der See umkippt und stirbt. Und das hatten wir ja in der Vergangenheit. Wie gesagt, sonst sind ja die ganzen Teichanlagen gereinigt und besäubert worden. Da hinten am Rand sehe ich auch nochmal ein paar Enten, die will ich jetzt ran so. Und wenn wir schon mal gerade hier so machen, hat auch nochmal ein Stockentenmännchen. Da ist ja eigentlich nur Männchen, die anderen beiden auch Männchen. Das Weifen ist gar nicht zu sehen. So, und dann gehen wir den letzten Rest unseres Weges. Ja, von mir brauchst du keine Angst zu haben. Ja. Ich will nichts von dir. Naja. Haben alle gehört jetzt. Ja. Die Aufregung ist umsonst. Passiert nichts. Alles umsonst. Ne? So, und gleich schließt sich der Kreis. Habe ich das gemacht, was ich mir schon lange vorgenommen habe. Und endlich umgesetzt. Und ich finde, das Wetter ist gut. Die Gelegenheit, ich kann es nochmal wiederholen, passend. Wird eben nichts zu tun. Wenn schönes Wetter ist. Wenn der Volkgarten voll ist. Und der sieht jetzt wirklich herrlich aus bei dem Licht. Kann man nicht anders sagen. Hier, der Himmel ist auch wunderschön. Zeige ich euch mal den Wolken. Ja, und die Bäume, die wirken dann auch richtig schön. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Ja, und jetzt nähern wir uns Merniskam Inn. Da hängt ein Zettel. Daraus könnte man unter Umständen schließen, dass heute geschlossen ist. Jetzt gehen wir mal gucken. Hier haben wir auch. Sehr viele Enten. Unter anderem eben diesmal Männchen und Weibchen zusammen. Da seht ihr sie. Das Weibchen im stichten Braun. Und das Männchen mit dem grünen Kopf und dem gelben Schnabel. Hat die Natur so eingerichtet, weil die Weibchen sind einfach wichtiger. Weil die können Eier legen. Männchen ist zu ersetzen. Wenn das stirbt, kommt ein anderes Männchen, befruchtet die Eier. Aber das Weibchen ist nötig, um die Eier auszubrüten. Und so letztendlich auch die Jungen groß zu ziehen. Vor dem Hintergrund darf das Weibchen nicht zu erkennen sein, wenn es auf den Eiern sitzt. Und deswegen ist das in der Natur bei den Vögeln nicht bei allen so, dass die Weibchen in der Regel ein stichteres Farbenkleid haben. Das ist auch gut so. Bei uns Menschen ist das manchmal ein bisschen anders. Obwohl es gibt auch hier auch sehr schön. Auch da hat das für eine Ente, das kann ich nicht sagen. Eine Hybridente. Da hat wie gesagt noch mal ein Stockelten. Nämlich hier. Nahrungssuche. In dem Wasser ist auch noch was unterwegs. Ja. Das war's. Sie ist fleißig nach Nahrung ansuchen. Und wie man sieht, das soll auch hoffentlich so bleiben, als die folgt das Vertrauen. Sie geht nicht davon aus, dass Gefahr von mir ausgeht. Und da können wir stolz drauf sein. Weil als Jäger und Sammler haben wir bis jetzt eigentlich bei den Tieren sehr gefürchtet. Und wenn die uns nur erahnt haben, sind sie schon abgehauen. Und im Wald kann man das immer noch beobachten. Weil die Tiere in der Stadt sind da ein bisschen vertrauensseliger geworden. Leider Gottes gibt es ja Artgenossen, die dieses Vertrauen dann trotzdem immer wieder enttäuschen. Wie gesagt, das ist also wirklich eine friedliche Idylle. Ja und da, wie gesagt, ist ein ganzer Trupp. Männchen, Weibchen gemischt. Noch geht's. Sobald die in Brutstimmung kommen, ist damit vorbei mit dieser Eintracht. Dann ist einer, also unter den Männchen vor allen Dingen einer dem anderen sein Teufel. Also, wie man so umgangssprachlich sagt, dann jagen sie sich gegenseitig. Da kommt auch noch einer angesprungen. Den wollen wir jetzt nicht vergessen. Dann gehen wir jetzt zu Berniskamin. Und da steht dann eben zu lesen, wegen Sturm heute geschlossen. Hier sehen wir dann die Mini-Golf-Anlage. Also, wer das vor Jahren gesehen hat, und jetzt wieder sieht, ist wirklich angenehm überrascht. Es wirkt schon erstaunlich, was die beiden in erster Linie und ihre Freunde aus dieser Anlage gemacht haben. Nicht mehr wiederzuerkennen. Da muss man neidlos anerkennen. Also Respekt. Und hier auf dieses Bäumchen bin ich besonders stolz. Die Geschichte will ich euch kurz erzählen. Meine Mutter, die am 25.01.2013 verstorben ist, hat, ich glaube, ein Jahr oder zwei Jahre zuvor, wenn nicht sogar noch mehrere Jahre, von mir ein kleines Weihnachtsbäumchen gekauft bekommen. Leider Gottes lag an dem Tag, wo ich ihr bringen wollte, sehr viel Schnee, sehr hoher Schnee. Mit der Folge, dass das Bäumchen bei mir geblieben ist. Das stand dann auf dem Balkon über mehrere Jahre. Und in der letzten Zeit rote es einzugehen. Ja, und dann habe ich die Christi gefragt, ob ich das Bäumchen hier einpflanzen kann. Da hat sie sich mit Einverstanden erklärt. Und wie ihr seht, bin ich ganz stolz drauf. Das hat sich prächtig erholt. Das sieht richtig toll aus. Und im Grunde genommen ist der kleine Baum ein ständiges Andenken an meine, wie gesagt, verstorbene Mutter. Ja, da freue ich mich total drüber. Ja, und mit einem letzten Blick und die gesamte Anlage gehen wir jetzt zum Ende des Volksgartens. Hier komme ich mit meinem Mobbett angefahren. Ich kann hier parken und habe es noch ein bisschen im Auge, wenn ich hier sitze. Ja, wirklich schön. Ja. Ja, und hier eine wirkliche Idylle. Schon gehen die Streitereien los. Habe ich eben noch von geredet. Das zanken sie schon. Ja, hier nochmal das Berlingsgamin von vorne. Ja, und hier können wir ruhig sitzen bleiben. Ja, die trauen wir nicht. Schwer war's los. Schwer war's los. Ziehen, ich weiß. Ja, ich vermice habe. Das bräuchte ist nicht nur souf. Da schließt sich dann der Kreis. Das war unser erster Blick. Das war unser erster Blick.